Hallo ihr Lieben, es ist die Adventszeit, die Zeit, wo die Spökenkicker, Wahrsager, Zukunftsähnnerer Hochgründung zu haben. So möchte ich auch mit euch einen Ausblick auf den Jahreswechsel 2014-2015 wagen. Ich finde, es ist eine ausgesprochene Zeit, die Kraft zu finden. Es ist eine Zeit, wo der, der sich ausrichtet, starke Anschubkräfte erfährt, der, der sich nicht ausrichtet, erfährt diese Kräfte auch, aber sie fahren ihnen gegen die Wand. Wir müssen uns noch einmal ganz klar werden, was wollen wir in unserer Vision verwirklichen, was bringen wir zur Erde, wo ist der Platz, an dem wir die größte Wirkung erzeigen, da wo wir Schöpfung auf die Erde bringen, wo sind wir glücklich, wo sind wir konfliktfrei mit unseren Mitwesen, wo sind wir konfliktfrei mit uns selber, wo bleiben wir in unserer Klarheit, wo finden wir täglich die Liebe neu und teilen sie mit allem, was uns begegnet, wo macht uns Dienen Freude, wo ist der Platz, wo unser Herz nicht mehr zugeht, wo er sich nicht mehr verschließt vor der Welt, sondern unentwegt sich verströmt und verströmt Da sollten wir hingehen, wir sollten das jetzt machen, wir sollten das nicht auf die lange Bank schieben. Es ist Zeit, die alten heiligen Kühe sterben zu lassen. Es ist Zeit für einen Neubeginn, für einen mutigen Neubeginn, der das Alter mit Freude zurücklässt, es in Liebe verabschiedet und dem Neuen mit aller Kraft entgegenhält, die Arme öffnet für eine neue Welt, die Arme öffnet für die eigene Schöpfung, für die Unbegrenztheit, der Liebe, für das Glücklichsein an jedem Tag und nicht nur an seinen Feiertagen. In diesem Sinne wünsche ich euch eine fröhliche Visionsfindung. Geht tief in euer Herz, geht in eure Ausdehnung, schaut, ob ihr alles, was ihr machen wollt, auch wirklich liebt, ob ihr alles, was ihr machen wollt, dem Dienst an euch, dem Dienst an eurem Glücklichsein und dem Dienst an der Gesellschaft dient. Und dann entscheidet euch, lasst das Alter hier sterben, gebt dem Neuen volle Kraft voraus. Ich wünsche euch und uns ein glückliches 2015, wo vieles wahr wird, was wir schon so lange erträumt haben. Geht tief in euer Herz, geht in euer Herz, geht in euer Herz. Untertitelung des ZDF, 2020